Mein Name ist Hermann Neuburger. Ich führe den Fleischbetrieb bei uns, den hat mein Großvater vor über 100 Jahren in Ulrichsberg gegründet. Ich habe den Betrieb 1986 von meinem Vater übernommen und habe dann ein Produkt, das mein Vater erfunden hat, sozusagen zur Marke gemacht in Österreich. Und in den 50 Jahren, in denen ich jetzt in der Fleischbau stätig bin, hat sich viel verändert und das ist eine Veränderung, die mir schon länger nicht gefällt. Deswegen habe ich mich mit meinem Sohn entschlossen, eine vegetarische Linie auf den Markt zu bringen. Das Ergebnis unserer fünfjährigen Entwicklung sind unsere fleischlosen Produkte Hermann. Diese stellen wir auf Basis eines Speisepilzes her, dem Kräuter-Saitling. Dem nicht genug haben wir uns dazu entschieden, diesen Pilz bei unserem Standort selber zu süchen. So leisten wir einen Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion, was gut ist für unsere Gesundheit und unsere Umwelt. Daher haben wir von Sure Flexibles gemeinsam mit Neuburger eine Verpackung für die Hermann-Produkte entwickelt, die genau diesen nachhaltigen Gedanken Rechnung trägt. Wir setzen auf volle Rezyklierfähigkeit unserer Produkte und haben den Kunststoffanteil der Verpackung um 80 Prozent reduziert. Gleichzeitig garantieren wir aber Produktsicherheit, Pasteurisierfähigkeit und eine zuverlässige Versiegelung des Produktes. Diese Flexibilität für maßgeschneiderte Produkte ist uns besonders wichtig. Das können wir auch leisten dank eigener Wertschöpfungskette von der Folienproduktion bis zu fertig bedruckten Verpackungen mit perfekter Pilfähigkeit. Für Produkte mit gemeinsamer Verantwortung. Verpackung von der Folienproduktion bis zu der Soldaten . Bis zum nächsten Mal.